Jetzt sind wir schon durch Da brauchen wir irgendeine passende Einheit hier, versteht er Die müssen wir da dran machen Aber hier ist sonst nichts Hämatit, alles was ich nicht brauche Gibt es hier irgendwo Lehm Prachtmodul, kann zu Schrott recycelt werden, ja Das hilft mir alles nicht weiter Hier haben wir uns durchgegraben Hier ist auch Biomasse Warte, hier ist das Gemisch Zack, zurück zur Luft Und keine Ahnung wo die jetzt wieder ist Da Ja, können wir wieder produzieren, ne Einmal Zehn Pinner Was ist denn das für ein Symbol hier Ammonium, das haben wir doch hier um der Ecke überall liegen, ne Das können wir doch dann öffnen, vielleicht kommen wir da mal mit weiter Jetzt ist natürlich kein Almonium da, witten Das guckt ja gerade überall raus, das Ammonium, ne Jetzt wo ich einen brauche, jetzt ist nichts da Das ist es doch, oder Was ist hier los Habe ich schon gebuddelt, wa So, jetzt gehen wir zu dem Ding und machen das noch gerade Das war es hier, oder Obwohl, vielleicht war es das nicht, aber Das braucht auch Ammonium Da ist nur ein Forschungsgegenstand dran, den wir wahrscheinlich noch nicht mal mitnehmen können, ne Der ist zu groß Den kann ich jetzt auch nicht mit mehr Doch warte mal Gehen wir hier rüber An die Linie Und dann haben wir, glaube ich, Grafit einmal mit, oder Ne, das ist Hammertit, ich dachte das wäre Grafit Gut Okay, dann bleibt die hier liegen, das ist auch sehr schön Gut, war es das Fürs Erste, ne Hier sind wir, glaube ich, dann hergekommen Und ich weiß nicht, wo ich hier Lehm finde Und ich weiß nicht, wo ich hier Lehm finde Ah, hier ist auf jeden Fall Mein Zeug noch Da können wir wieder ein paar Stränge machen So, das hat jetzt Gut, da müssen wir jetzt noch was bauen Und dann müssen wir weiter suchen Keine Ahnung wo Vielleicht gehen wir doch mal in den Keller So Ganz viele Fische Hier Diesmal haben wir nichts geholt Drop auswählen Umleiten Und laufen Der hält immer automatisch ein Potenzielle Belohnung Ich weiß nicht, wie viel Geld haben wir Lass die Moral hoch, die haben jetzt drei Sachen erforscht Und dann geht noch zum Händler Der hat nur Fleisch Das bringt mir jetzt nicht wirklich was Da ist der Zug Da ist der Zug Können wir zurückrufen So Da hinten ist nochmal ein Waldgebiet Ah, da kommen wir von hier aus hin Okay, das heißt Zug fährt Aber schneller Das ist was mit Mhm, also weil die Nacht anfängt, oder? Wir schauen, wie mehr Treibstoff damit der Zug losfahren kann Jetzt sind wir blank gefahren hier Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Da können wir nur da jetzt einen Trupp entstellen und da hinlaufen, oder? Ja Trupp auswählen Lass die da mal hinlaufen Da haben wir sonst nichts zu tun Aber wenn wir holen nach Holz und keinen Treibstoff wahrscheinlich, ne? Müde Soldaten haben wir jetzt vier, ja Dann passiert auf dem Rückweg jetzt was, oder? Halt mal an, wie kriege ich den Druck denn jetzt? Ja, weiß ich auch nicht, den kriege ich nicht umgeleitet, oder? Jetzt hier, Trupp Kann ich ihn bearbeiten Ja, wie kriege ich jetzt vorher an einem Kessel, ne? Das dauert noch drei Stunden, kann ich aber nicht machen, weil ich brauche Metall dafür Da könnte ich jetzt hochziehen mit Holz und mit Metall Ich würde jetzt aber gerne, ne? Treibstoff machen Ich habe keinen Blassenstimmer, wie ich jetzt an Treibstoff komme, meine Herrschaften So, sind alle wieder wach, oder? Wie sehe ich das? Lass mal schneller laufen Lass mal schneller laufen Und was macht das jetzt hier? Und noch kein Rohholz Und hier Da ist es fast da Ok, das wird jetzt wohl gebaut, ne? Ah, ist schon gebaut Ne Wieder keine Arbeit im Distrikt verfügbar, das ist nicht gut Teichrose haben wir drinnen Hier waren Möhren Sonnenblumenkerne Sonnenblumenkerne Möhren, wo waren denn die Teichrosen? Sollen die hier rein? Ja, ok Haben wir denn welche, die hier drinnen sind? Ja Die brauchen wir aber wohl noch ein bisschen Gut, Essen, Vielfalt, nimmt zu, ne? Nasses Fell, ok, das ist jetzt nicht ganz so doll, aber das kriegen wir Vielleicht können wir ja noch eine eine oder andere Dusche bauen, ne? Vielleicht dann hier noch irgendwo Hier wäre doch ideal Zack Dann baut da noch Ich hatte hier doch Wald angesetzt, oder? Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Ne, das steht ja auch hier noch Kann man aber irgendwie nicht sehen, ne? Er braucht Wasser Ah, hier wird die Brücke gebaut, oder wie sehe ich das? Er bringt gerade Rohholz dahin Jetzt fehlen nur noch zwei, die kommen aber auch schon Ok, er baut das auch gleich, sehr schön Dann kann es hier gleich weitergehen, oder? Er hat da das Wasser reingebracht, von wo kommt der denn bitte schön? Das kann man jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt nachverfolgen, ne? Hier wäre ja noch ein Fass frei, ne? Da kann auch Wasser rein Ah, hier hat einer was rausgetrunken und sonst nicht Ja, hier ist auch noch ein Fässchen mehr Ja, ok, das lassen wir aber alles so Kartoffeln sind gut, oder? Dauert halt Karotten dauert auch halt Ja, das hier ist Weiß ich auch noch nicht Was wird da gebaut, oder was wird da nicht gebaut, ne? Das müssen wir ja eigentlich auf hohe Priorität machen Oh, Faulwasserflut bevorstehen Das ist nicht gut Wann kommen die denn? Sofort, oder was? Ich weiß nicht woher sie kommt, ich habe es noch nie gehabt Faulwasserflut bevorstehend Geht das dann hier über den Deich, oder was? 2,8 Tage erst, ok Ja, dann wird, entweder wird das hier hochkommen Oder aber Ja, wir müssen mal gucken, dass wir das hier schließen, zum Beispiel, ne? Ja, das müssen wir an dem Tag machen, wenn es soweit ist Aber das dauert ja noch 2,6 Tage, da müssen wir aufpassen, allerdings Aber ich weiß auch nicht wo die Flut herkommt, oder hingeht Vielleicht schlott es auch überall rein, dann sind unsere Fässer das Einzige, was wir haben, ne? Das würde bedeuten, er ist gerade noch fertig geworden, das heißt, der kann definitiv da, da muss Wasser rein Äh, das ist geklärt Wollen wir noch Wasser? Hier, der hohe Priorität, wenn wir das so haben, dass wir nur aus unseren Kübel trinken, dann wird es ernst Dann würde ich aber in den 2 Tagen noch das geschafft haben, dass ich meine ganzen Wasservorräte aufgefüllt habe Vielleicht sollte man noch das ein oder andere Fässlein auch mehr bauen, ne? Äh, Vorrat, oder? Da geht noch einer hin, da geht noch einer hin Hier gehen auch noch ein paar mehr hin Rio hoch, Rio hoch Wasser rein Wasser rein Ah, habe ich jetzt nicht ausgewählt So, jetzt waren wir da mit dem Dingens unterwegs, mit dem Typen mit der Waffe Wir haben aber definitiv noch einmal eine Tauchoption, ne? Vielleicht sollten wir die Tauchoption nochmal nutzen, ne? Springen wir doch mal ins Wasser Da brauchen wir nicht das japanische Schwert Braune Muschel, hier ist noch eine Kiste Okay, die ist besser als gar nichts erstmal Oh, den habe ich natürlich nicht gesehen, ne? Schrott Drei Böse sogar, vier Böse Kalksteinhöhle, okay Ist jetzt vielleicht nicht die beste Wahl, oder? Auf jeden Fall ist er weg Okay, da gibt es Sauerstoff drinnen, auch gut Das war Glas Seetraube So, hier rechts die Okay, das ist jetzt nicht so prickelnd Oder geht der nur, wenn der nicht diesen Blitz da dran hat Das könnte auch noch sein, ne? Na ja, weiß ich auch nicht Da unten ist ein See Igel Roter Seestern, nicht Igel Das ist Glas Da unten gibt es noch Sauerstoff Und was ist das daneben? Blaue Muschel, okay Hier unten ist nochmal was Braune Muschel Okay Ja komm, gehen wir erst hier hin und schauen mal in die Kiste Okay, das ist der Scooter Dann kriegen wir nochmal den Seetraube Und was macht die Kiste? Kleine Netzkanone, okay Die ist vielleicht nicht schlecht, weiß ich nicht Die haben wir noch nie benutzt, ne? Oh, da haben wir irgendwie was für die Forschung gesammelt Und da unten ist ein dicker Fisch Hm Irgendwie kriege ich den aber nicht, ne? Was haben wir denn so Tab Okay, da ist jetzt das Netz Leopard, Vorallenbarsch, okay Und das Netz kann ich noch zweimal benutzen, okay Jetzt kann ich den noch einmal benutzen Super Glas, oder? Ja Ah, schade So, da kommen wir nicht mehr weiter, jetzt können wir mit dem nur arbeiten Gut Äh Sauerstoff brauchen wir noch nicht Hier gibt es noch eine Waffe Einfaches Unterwassergewehr, okay Mit dem will ich mich nicht anlegen, habe ich keine Lust drauf Mit dem aber auch nicht, oder? Aber mit dem noch weniger Und der hat mich tatsächlich wohl entdeckt, oder? Ne, doch nicht Hier gibt es noch schicke Sachen vielleicht Holz war das, okay Also, das war jetzt die falsche Taste, na super Jetzt hat mich der Feuerfisch entdeckt Da ist noch einer Das ist nochmal so ein Unterwasserscooter, okay Ne, das können wir gebrauchen, aber das nächste nicht, weil das ist gefährlich Kommen wir das nehmen wir mal hier gerade, damit wir wieder voll sind Da steht Baufreundschritt, und hier steht aber Doch, hier steht auch Bauvorschritt Jetzt machen wir einen Bau Wieso sind die denn jetzt im Bau? Aber weil ich die wahrscheinlich angepackt habe, ne? Raum 27 Raum 47 Wer baut da jetzt was? Working 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 Weil ich die angepackt habe, werden die umgebaut jetzt, oder was? Das ist schlecht Werden die denn jetzt fertig gemacht hier, oder was? Hier sind noch 5 Leute drinnen, die da bauen Hier sind noch 5 Leute drinnen, die da bauen Aufwärts Ja, das ist jetzt Irgendwas habe ich getan, damit sich das ändert, na? Ist halt so Jetzt sind die da fertig Und die sind auch fertig 2,29 Stühle machen die da jetzt, und hier 1,15 2,29 und hier 1,15 Ich habe keinen blassen Schimmer, wie es funktioniert Zimmermänner 4, Zimmermänner 6 Hier sind nur 8 Stühle drinnen No idea Wie es hier irgendwo weitergeht Hier ist wenigstens gleich schon fertig freigeräumt Jetzt 100% Das heißt, jetzt wird hier gebaut Ja Das nächste Lagerhaus Doof ist, dass ein Lagerhaus jetzt fertig wird, aber das Labor zum Beispiel nicht Auf jeden Fall sind da Leute auf dem Markt, die was kaufen, ne? Baufortschritt, jetzt geht es hier auch schon Irgendwie räumt man nochmal frei, keine Ahnung wofür 97 99 Fertig So, hier haben wir jetzt nichts dran los Nochmal eine Kiste Fisch da rein Weiß nicht, ob wir Getränke haben sollten Ich weiß nicht, ob wir Eier haben Früchte haben wir bestimmt woanders, Pilze, weiß ich nicht Woanders bestimmt auch Ich werde das irgendwo sehen Nicht wirklich, ne? Rationen Ist das hier Brot? Habe ich auch noch nicht Können wir aber mal hier einfach die Kisten außen bauen Wir haben hier 33 Kapazitäten, die Kisten Steine haben wir woanders Ich weiß nicht, ob wir Kohle haben, dann werden wir eine jetzt hier machen Da brauchen wir alles nicht Talle Töpferwahn Hier geht es noch ein bisschen weiter Kleidung Lederrüstung Bogen Schild Waffen Waffen Säbel Ich mach das mal alles hier rein Werkzeuge Und Schmuck Arbeiter der Stein Papier Wir haben noch 10 Kisten über Holz Na doch, komm Holz machen wir eine Kriegen wir alle Kisten hier rein gepackt Wohl nicht Wohl nicht Ok, Leben ist jetzt leer Fleisch haben wir hier nicht Wir lagern alles erstmal hier ein, oder? Na klar Schrauben Drei Säbel Drei Drei Untertitelung des ZDF, 2020